Wo müssen wir denn noch hin? Ich frage mich gerade, wo wir als nächstes hin müssen. Wir müssen ja die vier Dinger da ausschalten. Stimmt, wir müssen ja... Warte mal, let's be the showroom. Ah, guck mal. Demo-Einheit abfackeln, aha. So sah das also aus früher, wo dann die Plasmide vorgeführt worden sind. Ah, guck mal, hier. Zahlencode brauche ich mal. Warte mal, nee, falscher... Den brauche ich. Nein, Mist. Ich brauche auf jeden Fall den Zahlencode. Die Frage ist nur, wo kriege ich denn her? Schauen wir mal. So, hier haben wir wieder eine Genenbank. Die brauche ich aber, glaube ich, gerade nicht. Ich sage es, wie viele Sachen wir jetzt wieder bekommen. Oh, schon wieder die Katze. Oh, wie süß. Wie kriegen wir da so viele Sachen? Wir haben so viele Verbandskästen. Man achte mal darauf, wie viele Verbandskästen wir jetzt haben, wie viel EVE-Spritzen und wie viel Munition wir jetzt haben. Ne? Sogar hier ein paar Kugeln. Was ist mit dem denn nicht in Ordnung? Nehmen wir mit. So, warte mal. So. Natürlich. Hast du das am besten wissend. Sieh dich um. Kommt dir das hier irgendwie bekannt vor? Was? Fontaine Futuristics. Wo bin ich denn jetzt? Willkommen zurück, Delta. Ladies and Gentlemen, von Fontaine Futuristics lädt Sie ein, Ihre Skepsis abzuwinden, Ihre Erwartungen zu steigern und Ihre Zweifel zu zerstreuen. Du Drecksack. Denn wir präsentieren Ihnen die revolutionäre Kraft unserer Plasmidserie zur Heimatverteidigung. Darf ich um einen Freiwilligen aus dem Publikum bitten? Nur zu, nicht zu schüchtern. Wie wir es mit Ihnen, Sir? Nein, der will uns verrecken, nicht? Der ist durch, der Kerl, oder? Sieh, Ma'am. Da hinten. Kommen Sie herunter. Einen Applaus für die Dame. Du kannst ja mal reinkommen. Alter, ernsthaft? Ich hasse Arena-Kämpfe. Ich hasse Arena-Kämpfe. Hab ich das schon mal erwähnt? Ich hasse Arena-Kämpfe. Alter, entschuldige bitte. Es ist so laut gerade. Ich weiß nicht, warum es so laut geworden ist. So, Gesamt-Lautstärke. Machen wir mal auf sieben. Anwenden. Wo denn? Wo denn? Einen kräftigen Applaus, bitte, für Subject Delta und die Kraft der Plasmide. Mh. Komm rein. Ich zeig dir meine Plasmide mal. Ich zeig dir mal meine Aussparung. So. Oh nein, Subject Delta. Sieht aus, als hättest du einem Kollegen die Schau ge... Warte. Und jetzt will er sich rächen. Was wird Delta jetzt tun? Werde ich dir zeigen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Äh. Du bist immer noch ein Siegertyp, Delta. Ohne dich war die Tour nur noch die Hälfte wert. Wenn man bedenkt, dass du so hochgespleist warst, dass du kaum stehen konntest, als wir dich in diesen Aufzug gesteckt haben. Die Fontaine-Betriebsrente ist dir so gut wie sicher, mein Junge. Hm. Also wurden wir von vornherein schon in diesen Dings reingesteckt. So, drei von vier. Einen müssen wir noch. Hier ist noch ein Verbandskasten, aber wir sind voll. Wie gesagt, ich erinnere nur daran. Aber wir müssen trotzdem irgendwie in diesen Raum reinkommen, in dem einen da. Hier. Wo kriegen wir den Zahlencode her? Ah, haben wir sogar irgendwie schon gefunden. Anscheinend. Fünf, zwei, fünf, vier. Sehr schön. So, dann kommen wir nämlich auch an das Plasmid ran. Äh. Help me. Ach so. Deswegen. Blittergranate nehmen wir mit. Oh mein Gott, die Arme. Meine Hoffnung war es, eine Little Sister an einen einzelnen Protektor zu binden. Sie musste also entbehrlich sein, falls etwas schief ginge. Wir konnten es nicht brauchen, dass etwa die Eltern der Mädchen Fragen stellten, während wir solche Vaterbindungen herstellten. Also versorgten wir uns in Fontaines Waisenhäusern und das Verfahren war ein durchschlagender Erfolg. Wenn ich es nur gewusst hätte, wenn ich es nur gewusst hätte, was stand da? Das wird gar nicht vorgelesen, kann das sein? So, neues Tonicum. Vorsichtiger Hacker 2, lass dir Zeit. Mit vorsichtigem Hacker 2 werden alle Maschinen verlangsamt, wodurch du jede Menge Zeit hast, dich mit einem Innerleben vertraut zu machen. Ja, aber nein. Aber nein. Aber wenigstens haben wir das. So, dass wir da das schon mal mitgenommen haben. So, da liegt noch was in der Ecke. Da leuchtet noch was. Eine Spritze können wir noch mitnehmen. Fallen. Mieten. Auch gefunden. So, wie sieht es aus? Wie viele haben wir denn jetzt hier? Alter, wie viele Little Sisters es hier noch gibt. Müssen wir hier oben lang oder unten? Ich vermute mal unten. Oh. Ja. Schrot hast du im Gesicht. Hä, wo ist er denn? Wo denn? Wer ballert denn so? So, jetzt überleg ich mal. Die haben vorne unten geschossen. Mich hat, die hat mich so kaputt geschossen. Ich verstehe das nicht. Wie kann man nur so stark sein als ein normaler Splicer? Das verstehe ich gar nicht. Ist mir ein Rätsel, muss ich sagen. Ist mir echt ein Rätsel. Müssen wir jetzt hier lang? Mhm. Marketing, Verwaltung. Ah, ist klar. Wer ist glaubt. Wo ist er? Mein Gott, ich... Wieso hänge ich denn hier? Äh, warte mal. Ach komm, ernsthaft. So, jetzt überlegen wir. Ich hab an einem dämlichen Splicer einen Verbandskasten komplett benutzt. Und wir haben nur noch die Hälfte. Und wir haben fast Munition... So Munition verschwendet, ist es abnormal. Also finde ich... Werbung für Plasmi-Teleport. Den haben wir noch gar nicht. Den Plasmi-Teleport haben wir noch gar nicht gefunden. Vielleicht gibt's den auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab grad ne Kamera gehört. Oh, ist der... Alter, was ist das denn? Werbung für Plasmi-Teleport... Ist das Teleport? Ne. Alter, Dollar, 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 Dollar. Wieso kann ich die nicht... Wo ist das Plasmi-Teleport hin? Nein, was? Und wieso ist denn... Warte mal. Wieso? Wo ist das Plasmi-Teleport hin? Warte mal, ich probier mal hier. Nein, warte. Mein Gott, ernsthaft? Hm, ich werd so sterben hier. Das gibt's doch nicht. Ach komm, fickt euch. Kann man das doch so brutal schwer machen. So, der gehört auf jeden Fall zu uns. Ist zwar schon angeschossen, ist mir aber egal. Ist mir egal, egal. Aber ich würd gerne Teleport-Plasmid haben. Da ist es. Bevor ich jetzt zu dem Pfeil gehe... Ist er jetzt wieder hier drin? Nein. Boah, ich will das haben. Ich will dieses Plasmid haben. Das ist bestimmt nicht hier drin, ne? Weil da geht's weiter mit der Story. Ich geh nochmal zurück. Vielleicht ist es ja woanders hin teleportiert worden. Dass wir, dass wir das jetzt suchen müssen. Ohne Spaß. Ich will das haben. Ich will dieses verkackte Plasmid-Teleport haben. Da ist es. Ich hab's gewusst. Fonteins Familie. Kleiner Lutscher. Der Drecksack Fontein. Warte mal. Vielleicht sehen wir ihn nochmal wieder. Aber wir haben ihn ja eigentlich getötet. Im ersten Teil. Da haben wir quasi um die Ecke gebracht. Also ich durchsuche jetzt hier alles. Nicht wundern. Ich würde gerne dieses Plasmid gerne bekommen. Oh, warte mal. Da lacht noch. Da lacht noch was. Achso, Kontaktmine war voll. Ich schau mal. Vielleicht ist es hier im Geheimraum. Ich will unbedingt dieses Plasmid haben. Ernsthaft. Ich will das haben. Weil ganz ehrlich. Teleportation. Das wäre ein Traum. Auch in der Realität. Überleg mal. Man könnte sich teleportieren. Das wäre ein Traum. So, jetzt sind wir ja eh unten. Jetzt können wir ja mal gucken, ob... Ah, da steht's. Tja, wo ist es jetzt hin? Kann natürlich sein, dass es jetzt zwischendurch nach oben gewandert ist im Büro. Hier ist es nicht. Hier vielleicht. Warum... Was ist denn komisches Geräusch hier gerade? Ein sehr merkwürdiges Geräusch auf der Toilette. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wahrscheinlich ist es so der Toilettengeist oder so. Wo ist denn... Wo ist es jetzt hingewandert? Nach oben? Oder ist es auf der Etage hier geblieben? Von hier kamen wir, ne? Genau. Hier ist es wahrscheinlich nicht jetzt, oder? Sieht nicht so aus. Das ist ja geil, dass man so ein Plasmid suchen muss. Okay, Plasmid Showroom vielleicht. Können wir mal gucken. Hier ist zwar jemand. Ah, super, ey. Genau in dem Moment geht mir die... Die geht mir die Munition aus. Das ist so lächerlich. Okay, hier scheint es aber nicht zu sein. Sieht zumindest nicht danach aus. Genau in dem Moment, wo ich sie erschießen will, geht mir die Kack-Munition aus. Das ist ja... So, mal eben hier schauen. Der ist bestimmt oben jetzt im Büro. Bei Fontaine im Büro. Ja. Ist nicht so schlimm. Weil ich möchte dieses Plasmid unbedingt haben. Das Teleportations-Plasmid. Ist mir egal. Und wenn ich da... Oh, was? Jetzt spawnen die auf einmal alle wieder, oder was? Willst du mich verarschen? Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Da ist es. Ja, nimm's auf. What the fuck? Wo bin ich? Habe ich da unendlich Zeit für, oder? Alter, wie geil. Verkaufsexperte 2. Neues Tonicum. Tonicum. Verkaufsexperte 2. Mit Verkaufsexperte 2 bekommst du noch viel mehr für dein Geld. Genieße die größeren Rabatte an allen Verkaufsautomaten in Rapture. Geil. Hätte ich gerne. Ähm. Zähne Maschinen. Das Hecken von Geschütze und Bot steigert eine maximale Gesundheit. In die Genbank lagern. Äh, nein. Oh, nein. Ich wollte es ausrüsten. Oh. Oh, Mist. Aber die Teleportation gibt's bestimmt nicht. Der Tyran hat keine Familie. Keine Freunde. Kein Heimer. Nur Sklaven. Ja, ja. Nur Sklaven. Du kriegst gleich Sklaven. Ich muss mal eben kurz hier wechseln. Ähm. Zähne Maschinen. Und zwar gegen Verkaufsexperte 2. Boah, wie viel... Alter, wie viel Tonicum wir schon gesammelt haben. Aber so wenig Slots. Warte mal. Ein Plasmid können wir noch... Haben wir noch ein Plasmid? Ne, haben wir nicht. Schade. Dann fragt er nur, welchen Nutzen bringst du her. Diejenigen, die ihn lieben, sind seine Untertanen. Denn der Tyran akzeptiert nur gewonnen. Oder Amazon. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Schade, dass dieses Plasmid nicht gibt. Dieses Teleportationsplasmid. Das wäre so geil. Einfach irgendwo hinzeigen und dann teleportieren. So, dann wären wir wieder hier. Wo müssen wir denn hin? Wahrscheinlich nach oben, ne? Sieht zumindest danach aus. Ah ja, hier waren wir es. Genau, bei der Marketingabteilung. Dort müssen wir ja noch... Ich höre eine Kamera. Warte mal. Oh, hier ist alles unter Strom. Und wo ist die Kamera? Ach, die ist da drin. Okay. Du störst mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Kann ich dich ausschalten? Oh, ich würde den gerne ausschalten. So, dann nehmen wir noch mit. Jeder in der Plasmid-Branche benötigt letztlich menschliche Testpersonen. Das ist unser schmutziges, kleines Geheimnis. Und offen gestanden, Rapture will es auch gar nicht so genau wissen. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Freiwillige waren dünn gesät, selbst als die Wirtschaft einbrach. Ein Mann namens Sinclair wandte sich an uns. Er hatte scheinbar unbegrenzten Nachschub. Er vermietete die Leute an uns. Gefesselt und zediert. Fragen wurden nicht gestellt. Ist das nicht immer so, wenn es um Geld geht? Wenn es um Geld geht, werden die Fragen sowieso nie gestellt. Dieser Verstoß gegen die Vorschriften bringt dir die nächste Kopfnuss ein, Freundchen. Mein Gott, mach doch fertig. Boah, Gott sei Dank. Hacken erfolgreich. Sehr schön. Ich glaube, wir kriegen jetzt Gesellschaft. Kann das sein? Warte mal. So geht's am schnellsten, oder? Mit Strom. Eieieiei. Du bist gefeuert. Okay, also wenn... Wenn ich mal Chef sein sollte, werde ich auch meine Leute so feuern. Guck mal, der zappelt sogar noch. Alter, was macht der? Alter, was macht der? Alter, was ist das denn? Hör auf damit. So sieht es also aus, wenn Männer schwanger werden würden. So würde das aussehen. Oh, nee, lass mal. Das, äh, nein. Das, äh, ja. Ich glaube, wir haben hier... Na, trotzdem. Wieso? Wieso habe ich sie gerade nicht getroffen? Ich verstehe es einfach nicht. Ich war direkt in so einem Kreis, also in einem Fahnenkreuz, aber trotzdem irgendwie nicht getroffen. Sehr merkwürdig. Naja. Wie dem auch sei. Gehen wir jetzt erstmal... ...zu dem Raum mit der Kamera, wo wir nicht reinkamen. Hallo, mein Freund. Ja, ja. Tschau, tschau. Agnus D. Zugang gewährt. Willkommen. Hallo. Ich muss davon ausgehen, dass Sie nunmehr willens sind, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Mhm. Im Gegenzug stelle ich Ihnen eine freundlich gesinnte Sicherheitseskorte. Hier drin gibt es einen Schalter, der Ihnen Zutritt zu den wirklichen Laboratorien verschafft, wo... ...wo das auf Sie wartet, was von mir übrig ist. Oh Gott. Bitte, betätigen Sie ihn. Will ich das wissen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, erstmal gucken hier wegen Feuerkraften alles. So, MG-Schaden. Das machen wir mal. Na, Halleluja, dann würde ich sagen, auf geht's ins Gefecht. Huch, da... Okay. Huuuuh! Ernsthaft? Wieso jetzt der auf einmal? Ernsthaft? Äh, was, was, Alter, was, was? Ey, komm, das ist so bescheuert. Das ist doch so behindert. Wie, wie viel Schusskraft haben die denn, die Affenköpfe? Das ist doch so behindert. So ein behindertes Stück Scheiße, ey, das gibt's doch gar nicht. Guck mal, ich schieße dreimal auf dem in der Flinte, ey, und dann geht der erst down. Und die schießen zweimal auf mich, obwohl ich so ein Big Daddy bin. Und die kriegen mich so schnell down. Das ist so lächerlich eigentlich. Es ist so lächerlich. Ist mir jetzt egal. Meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. So. Und wir brauchen ja die ganzen Verbandskästen und tralala und so, um halt hier zu überleben. Und die ballern uns alles so runter. Ich sollte Dr. Lambs größte Leistung sein. Ein lebendes Konglomerat von Raptures großen Geistern, dem Körper eines einzigen Mannes. Darauf ausgerichtet, dem Allgemeinwohl zu dienen. Jetzt bin ich für Sie nicht mehr als ein fehlgeschlagenes und daher ein gestelltes Experiment. Meine Punktezahlen bei Intelligenz- und Wertvorstellungstests sind immer noch bemerkenswert, aber ich baue rasch ab. Sie hat mich fallen gelassen. Und ich habe nicht mehr viel Zeit, bevor ich dem Wahnsinn verfalle. Dann gucken wir mal, wie wir in den Laboren klarkommen. Oder beziehungsweise, wie wir zu den Laboren kommen. Naja. Wie dem auch sei. Weiter geht's. So. Ich glaube, wir müssen hier runter. Hier liegt jemand. Die Alpha-Serie. Ach ja, das waren ja die allerersten Big Daddies. Die allerersten Big Daddies. Und dann kam ja erst quasi... Oh, warte mal. Wo geht's hier lang? Und dann kam ja quasi die richtige Haupt-Serie von den Big Daddies. Das war ja quasi so der Beginn dieser Ära. Und, ähm, ja. Wir sind quasi einer von der Alpha-Serie. Aber wir waren ja vorher jemand aus dem ersten Teil. Und entweder verstehe ich den Zusammenhang noch nicht oder ich bin zu doof dafür. Kann natürlich auch sein. Ich schätze mal eher das Zweite. Ähm. Yeah. Ähm. Denn wenn wir doch am Anfang im ersten Teil der Typ sind, der im Flugzeug abstürzt. Und dann zu diesem Typ werden. Aber wir schon lange hier sind. Ist es dann nur ein Traum? Weil wenn wir doch wirklich schon so ein Alpha-Tier sind. Und es wurde ja schon rumgeforscht, bis dann erstmal das Ding kam. Aber wir haben ja am Anfang erstmal Rapture noch gesehen. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxy-Field-Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Wenn Lamb Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Oh, oh. Ready. I'm ready. Ich hoffe, ihr seid's auch. Denn ich bin ready. Oh, 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 oh. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine klitzekleine Folgenpause. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Bioshock 2. Und es riecht. Förmlich nach Finale. Also, bis denn. Ciao mit V und Tü mit Ü und wie es alle heißt. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und es bleibt spannend. Bis dann. Ciao.